Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Type-Man. Ich bin René und dieses Mal entführe ich euch wieder in die Welt der Buchstaben und der Badev's Law. Ich weiß nicht mehr, was wir beim letzten Mal gemacht haben, denn es ist schon einige Zeit her. Wir haben hier Greed. Greed ist unser Feind, der war schon öfters mal unser Feind. Der macht hier böse Sachen, wie zum Beispiel hier. Okay, Greed hat also Sachen rot gemacht. Und Doom macht auch Sachen rot. Was wollen wir hier tun? Wir müssen wahrscheinlich irgendwie vier Buchstaben machen, die dieses Konstrukt hier zerstören. Da haben wir Hate. Was könnten wir machen? Vielleicht Weiler. Geht das nochmal so? Oh. E. E. L. O. R. Muss ich die irgendwie... Hey, man kann jetzt die Buchstaben quetschen. Okay. Ich glaube, das trifft nichts. Lass das los. Typ. Typ. Hm. Hm? Okay, R2 ist also Pause. Gut. Typ, lass das los. Lass das weg. Okay. Pass auf, wir machen das anders. Okay, Nigger. Also. Ähm. Wir haben lange nicht mehr Type-Homme gespielt, deswegen müssen wir uns erstmal nachher wieder ein bisschen einfinden. Ähm. Müssen wir vielleicht irgendwie gut schreiben. Ich glaube, das geht nicht. Ähm. Ich glaube, wir sind beim letzten Mal hier auch schon ein bisschen gehangen. Ähm. Bad. Blade. Muss ich irgendwie viel gucken? Hey, hey, hey. Moment, hier ist, hier ist das L. Das L hat gerade grün geleuchtet. Muss ich vielleicht irgendwas machen mit dem. Warte, 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 warte. Ach, E-Evil vielleicht. Geht sich E-Evil aus? Nein, okay, E. Kann ich eigentlich? Also, das L ist mal korrekt. Ich würde den irgendwo schnell weggeben, einfach. Aber, ich kann die nicht. Kann ich die nicht werfen? Ja, das System ist immer noch ein bisschen hackelig. Okay. Also, das L passt. Was für ein Wort haben wir mit L, das mit L endet? Ich muss einfach mal probieren, die anderen Buchstaben hier hinzugeben. Aber wir müssen, ich kann sie nicht wirklich werfen. Das ist von dem L nicht mehr vorbei jetzt. So, wir schieben das L hier ganz ins Ende. Dann ist es endlich ganz ins Ende. So, denn jetzt haben wir das L hier. Wir probieren einfach mal das R hier. Das R hier. Ja, was? Wurrlen. Okay, Wurrlen war... Ah, Moment. Okay, was passiert da jetzt gerade? Okay, wir müssen irgendein vierbuchstabiges Wort da reingeben, was uns diese Tür hier öffnet. Open, break, clear, leave, leave, leave geht. Das ist so schwierig mit dem Steuerkreuz, das war cool, deswegen will ich das immer mit dem Stick machen. Leave. Ah, das sind nicht gut, dann. Das kann man hier verwenden. Lord. Man kann das nicht mehr einfach loslassen. Das können doch Lauf sein. Dammit! Das ist so schwierig mit dem Griff. So, nicht mehr. So, nicht mehr. So, nicht mehr. Ich habe so gefühlt, dass die Steuerung der Playstation-Controller beim letzten Mal besser war. Schauen. Okay, das muss ich dann. Yes. Geht auch. Boah, blöd. So, dann machen wir einfach nochmal Liebe. Das geht's. Ich habe Liebe, du kannst mich nicht verschießen. Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, was du sagst. Daran kann ich natürlich denken, dass man die Liebe hinten stehen lassen muss, wenn es zu einem Rotlicht-Ort geht. So. Diesmal aber schieben wir die Liebe bis dorthin, wo wir hin dürfen. Und dann können wir weiterlaufen. Ohne sie. Also, ich sage mal bis ein Stück. Was? Ich kann mich trotzdem erschießen, die Waffe? Hm. Wie können wir uns denn schützen vor der Waffe? Deactivate? Nein. Broken. Wie kann man sich vor einer Pistole schützen? Wie kann man sich vor einer Pistole schützen? Hm. Vader? Ah, tut nichts. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Wir könnten... Hm. Was hat es bisher vor der Waffe geschützt? Ich kann mich leider nicht mehr erinnern an die alten Episoden. Beziehungsweise an alles von alten Episoden. Dream? Geht nicht. Boat. Lord. Ich kann mir nur die Liebe vorstellen, aber das hat uns ja gerade nicht beschützt. Wenn ich mich vor Kugeln schützen will, dann muss ich natürlich Cover machen. Dann muss ich natürlich Cover machen. Sein Cover schützt mich offensichtlich vor Kugeln. Danke sehr, Internet. So, wir stoppen hier, bevor wir an das Rote kommen. Nein, 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 nein. Okay, ich muss immer L2 gedrückt halten, damit er nicht sofort auf den nächsten Buchstaben greift. Kann ich das vielleicht umstellen? Eh. Eh. Es ist nicht ausgelegt für Kontrolle dieses Spiel. So. Es geht weiter. Okay. Ich stehe da gar nicht. Okay. Ich stehe da gar nicht. Okay. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Knapp.. Komm... Fahr die hier mal gleichzeitig Rappen runter, oder kann ich da warten und das nächste Mal vielleicht... Nein, die fahren immer gleichzeitig Rappen runter. Nein, die fahren immer gleichzeitig Rappen runter. Okay, dann muss ich mal hier. Verwirft das Ganze ein Plattformer anstatt ein Rätselspiel. Okay, ich wurde vorbereitet dafür. Ich habe etwas Mario Maker gespielt und damit kann ich das alles hier mit Leichtigkeit bewältigen. Oder fast. Da war ich ein bisschen zu fäuleilig. Deswegen... Ich brauche gar nicht so viel Anlauf vermutlich. Okay, super. Was haben wir hier für schwarze Würfel? Kann das hochfahren? Nö. Soja, der Wrtlze. Ein DLC. Ja, wir haben wieder Cover. Brauchen wir vermutlich hier auch wieder. Denn diese Selbstschussanlagen sind wieder mal böse. So, wir machen uns wieder mal ein Cover. Cover. So, die Frage ist jetzt, wie weit dürfen wir gehen. Denn ich kann maximal hierher gehen. Und dann kann ich versuchen, rüber zu springen. So, wir haben hier jetzt verschiedene Zahlen auf diesen Boxen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was die aussagen. Ja. So. So, wir haben hier. So. 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 Aha, Moment. Die Eins ist am Niedrigsten. Die Boxen sind höher. die größere Zahl drauf ist. Wir machen jetzt erstmal wieder ein Covers. Vielleicht sogar mehrere Covers. Nicht mit X bestätigen. Ich möchte immer mit X bestätigen. Cover. Nein, nein, nein. Wir lassen ein, zwei los. Und wir schreiben hier nochmal. Cover. Dann können wir nämlich hier schön von Seite zu Seite, ohne beschossen zu werden. Und wir werden jetzt nochmal versuchen, was wir mit Zoll machen können. Vielleicht können wir sowas wie Raze machen. Oder Add. Wie geht das? Jetzt will ich nicht mit X. Auch ein Flau-Zwei. So. Nein, er tut nichts. Moment mal. Das können wir ja Raze, oder? Das ist unten, dann schiebe ich das wieder zusammen. Und dann schnell rauf. Yes. Schauen wir mal, was da rauskommt dabei. Kann ich jetzt mit dem Raze da rüber gehen? Wenn ich das Raze da dran schiebe, bin ich dann tot? Natürlich. Es ist echt schwierig, dass hier so zu steuern mit dem Controller ist, muss ich schon sagen. Ich möchte das R notlassen. Ich möchte das... Ah, okay, okay. Ich verstehe schon. Du kommst da her. Du kommst da her. Und du kommst hier her. Nichts gehen. Das ist sehr gut. Okay. 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 Ich möchte das Raze und das Cover wieder voneinander trennen. Ich versuche es zumindest. Das finde ich zu einfach. So, jetzt stremen wir das Cover mal da rüber. Okay. Das Raze ist jetzt hier noch dran. Ups. Nicht schlecht. Wo ist es okay, glaube ich? Oh nein. Nein, nein, nein. Nicht gehabt. So, was sterbe ich dann noch? Ich gebe das mal weg. Ich möchte das hier näher haben. Nicht zu nah. Ich glaube nicht, dass das die richtige Version ist. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Nein, da würde das 2 jetzt schon gerazet werden. Moment, habe ich das gerade richtig gesehen? Wurde die Kugel da gerade nach oben geschickt? Wenn das so ist, dann kann ich hier statt Cover Raze verwenden. Ich glaube, da werde ich nicht beschossen. Okay. Man. Hat nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Dann brauchen wir hier auf jeden Fall ein Cover. Und dann? Ja. Wie komme ich da rauf? Muss ich hier ernsthaft die Buchstaben 1 in den Rühe bringen? Ja. Ich muss hier mal rauf. Ich muss hier mal rauf. Ich muss hier mal rauf. Das ist echt seltsam, dass es einfach immer loslässt, wenn man sprengt. Irgendwas ist da mit der Steuerung, ich glaube richtig, glaube ich, gar nichts mit der... Ja, wenn ich mit der Tastatur spiele, dann haut er das nicht weg. Dann machen wir das jetzt einfach mit der Tastatur-Style. So. Wie lasst mir das los? Nein, loslassen. Ach, wie lasst mir den Wuchler wieder aus? Nein, 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 nein. Nein! Nicht das C mitnehmen. Assessed Rover. Ja, okay. Also wir müssen erstmal die Steuerung jetzt etwas dazulernen. Geht das vielleicht einfacher so, wenn ich... Nein, geht das vielleicht nicht. Ähm... Ok, ich muss jetzt kratzen. Also, ich nehme meine Buchstaben. Ich möchte ihn einfach wieder loslassen. Wie mach ich das? Wohl? Nein. So. Nein. So. Kann ich den Buchstaben nicht wieder loslassen wieder irgendwie? Show me the controls, also, throw Droplette nach unten. Das stimmt ja gar nicht. Er lasst ihn jetzt einfach hier. Ich möchte ihn loslassen. Wollen wir alle Buchstaben durch? Ich kann das echt nur mit dem Controller einfach wieder loslassen, indem ich hier L2 drücke. So, ich habe nun noch einmal nachgesehen, denn ich bin hier einfach partout nicht auf die Lösung gekommen. Und bevor ich hier 15 Stunden lang dieses Display in die Länge ziehe, werde ich hier einfach mal die guten und die schlechten Ideen aussortieren. Ich habe jetzt die Zahlen für Weihnacht sortiert. Wir haben damit eine schöne Treppe gebaut. Ich hoffe, ich werde nicht erschossen. Nein. So. Und Plattformen. Oh, shit. Das war leider ein bisschen zu knapp schon. Okay, wir suchen nochmal zwei. Ja, viel besser. Oh oh. Here. Elif. So. Das war aber diese Episode. Das war's für diesmal. Was uns da drüben mit Here und Elif erwartet, das werden wir beim nächsten Mal sehen. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Lasst mir Kommentare, lasst mir Daumen hoch da und schaut gerne beim nächsten Mal wieder rein. Würde mich sehr freuen. Bis dann. Ciao. Ciao. s.